Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hitman Absolution mit mir Saphirus Und wir sind jetzt hier im, ja, beim Level Hof angekommen Da wo wir letztens stehen geblieben sind nach dem Bahnhof geht es hier im Hof weiter Schauen wir uns das ganze mal an So Sie hatten recht, der Waffenhändler ist hinter Victoria her Ich muss ihn aufhalten, bevor er hier zur Lage kommt Mann, das ist er schon längst Wenn Sie mein Rad rollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab Nein, weglaufen war noch nie mein Ding Kopfschüsse geben, das ist ein Ding Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist Ich fahre mit den Jungs hin Ich möchte, dass Sie die Operation leiten Wie sieht's aus? Wait Bin ich taub? Ich soll mir irgendeine Kleine schnappen Ihr Name ist Victoria Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist Sie versteckt sich irgendwo, alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes Ich brauch dazu meine Jungs Das heißt doppeltes Honorar Lenny soll mitgehen Er bringt sie mir, wenn Sie sie haben Was? Dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar Nein, der ist unmöglich 25 29 29 26 37 30 35 Deal Lenny, gib dem Mann mal Feuer Komm schon, Schlappschwanz Schlappschwanz Lenny Halt's Maul, Wade Das ist ein irrer Typ, dieser Wade Der Mistkerl macht mir Gänsehaut Deshalb mag ich ihn ja Blade Dexter ist ein skrupelloses Arschloch Aber um wen Sie sich sorgen Machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond Ihm gehört der Wichsenkorb an der Bristol Street Der Kerl bedeutet Ärger Selbst für meine Verhältnisse Er hat gute Kontakte Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß Das gilt aber auch für Dom Schicken Sie mir ein Foto von ihm Part 1 Hunter and Hunters Na dann mal los Gleich geht's ins Trip Club Also Da jeder Club in Chicago Eis auf ihren Arsch ist Dürfte der sicherste Weg zum Wichsen Club Durch die Tunnel am Rock Sea führen Viel Glück, mein Freund Entschuldigung So, dann mal los Ich will direkt in das Trip Club hier Scheiß noch auf die Tunnel So, wo schon lang Muss man aufpassen Die Mädchen Die holt der Teufel Schlepp sie nach Hawaii Ein übler Ort Was leidest du? Ich bete zum heiligen Antonius Und zur heiligen Mutter Muss aufpassen Die laufen bestimmt Bullen rum Die gucken immer noch Nach mir Ah, da sind sie schon Mal rumrennen Das kommt von dem verfluchten Müll Der hier rumliegt Ich soll mich so nicht abfucken So ein Streifel in Ruhe lassen Komm, Martin Geht auch ins Trip Club Dann ist alles gut Was zum Teufel ist mit dir los Ich hab dir doch gesagt Dass wir durch die Waffen Jetzt gar nicht schwingen Diese, diese karte Frau Geht schon in Reine vor sich hin Ah, meine Frau Idioten Ich bin jetzt auch noch Wo muss ich hin? Ähm Mal mal ein Instinkt einsetzen Haben wir geschafft Ohne entdeckt zu werden Perfekt Diesmal muss man mal Keinen töten Ausnahmsweise Kontrollierte Atmung Haben wir freigeschaltet Durch die Punkte Die wir kriegen am Ende Ähm So Der Fixen Club Zweideutig kann man sagen Einmal fixen Jeder der weiß Was für ein Scheiß das ist Und einmal das andere Naja was geht ab Ihr müsst das doch alle bescheuern Was? Hawaii sagt ihnen dann wohl auch nichts Oder ist da ne Menge gesurft Was macht der denn da? 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 Das ist schon gut Aber können sie mir einen Gefallen tun? Würden sie Amber was von mir ausrichten? Ja Jetzt einmal Das wäre schön Aufschreiben oder was Sie sollen sich verpissen Okay okay Kommt ohne Gelder ins Tript Club Ich glaube es geht los hier Denken Sie dran gehen Sie zur Bar Wenn Sie im Wichsen Club sind Tom ist gerne da Wo die Action geht Uuuuuh hier ist Pari Wie ist Schätzchen? Wie ist Schätzchen? Weißt du was von mir? Was ist für dich? Was ist für dich? Komm schon Komm schon Aber geht hier oben Wuhu Wuhu Kann ich Geld zuschmeißen Wuhu Hey mein Freunde Bewehrs ist uns beiden Ne geht nicht So Wem müssen wir hier beseitigen? Da im Osmond So Wollen die Sau hin? Schau mal auf Alle schlechte Ah da hinten läuft der Wie sieht es aus Wie sieht es aus Schnell ist denn der? Der Autofahrt noch eh Was ist das aus Und Schau mal auf Ich sag fast Hey Baby Kommt Gefall ich dir? Ah Der kriegt ein Private Dance Schön dich wieder zu sehen Oh Gott Geh nach Hause und dusch dich man Du stinkst hier alles voll Ich stink alles voll, ja. Mein Freund. Was ist los mit dir? Kann ich den auch schnell wegschleppen? Komm, komm, schnell. Ehrlich? Ich habe auch eine. Warte mal. Guck. So, dann nehme ich die Schlüsselkarte. Na, dann muss man halt hier wieder ein paar Headshots verteilen. Geht halt nicht ganz einfach. Wusen die Sau, wo ich abknallen sollte. Da ist er. Er versteckt sich nicht. Ich finde ich doch. Da muss man eliminiert. Weg ist er vom Fenster. Tja, denken Sie, es ist schon Halloween? Ja, Ladies, tut mir leid. Als den können wir uns nicht verkleiden. So, wo muss ich hin? Gibt es irgendwo ein Ziel, wo ich hin soll? Und noch einen in den Arsch gefeuert. Die haben alle Schlüsselkarten. Schwingen die mal mit. Kann er ja nie wissen. Kann er ja nie wissen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Was das? Diskokugeltränen. Upsi! Toll, jetzt habe ich schon eine Nutto. Ne, ist ja keine Nutto. Entschuldigung, ist eine Stripperin. Komm. Noch ins El hinein. Ey, sorry, ja. Woll ich nicht. Kannst du nicht als Stripperin verkleiden? Gibt es nicht? Komm Schlimmtsch mit. Komm. Auf der Jagd. Wer ist auf der Jagd? Kommt mal her, ihr Pisser. Hau mal! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wird auch nichts angezeigt. Oder sonst was. Schreit hier nicht so rum hier. Ich hab ihn gesehen! Na, was ist los mit euch? Was ist da lachen? nach mir, ja. Leer. Uhu. Uhu. ja mal hier lang hier ist der kontrollpunkt ich denke mal dann wird es auch hier weiter gehen gehen wir mal hier hoch jo exit sieht gut aus 5 20.900 punkte noch schloss knacken so servus leute es geht ja knall mal eiskalt ab hier oder machen die mir was das ist doch nicht du musst seine freunde nur unterhalten sie dürfen nicht denken dass du ihnen gehörst und denk an irgendwas schönes wir waren alle da schätzchen 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 hier klettern wir mal durchs fenster ja geh doch durch auf hier werden wahrscheinlich pornos gedreht oder sowas wie es aussieht hier liegt das spielzeug rum haben wir auch geschafft ohne entdeckt zu werden hier perfekt anrufsbahntort abgehören ja hier ist wade ich hab ein paar jungs zu diesem bürger geschickt wenn er für hitman arbeitet müssen wir ihm schleunig die flügel stutzen ruf zurück wenn du weißt wo das mädchen ist dexter wittert an vermögen und ich will meinen anteil bis bald alter junge ein paar pillen im dresor sie hatten recht damals victoria gesucht aber ich war rechtzeitig bei ihm gut für sie kumpel respekt er war auch hinter ihnen hier jemand kommt zu ihm ein typ namens der kerl ist verrückter als eine kanalratte sie müssen sofort herkommen verstanden die scheiße geht komplett nach hinten los das wird übel mann ich ruf sie wieder an iron man freigeschaltet so das machen wir jetzt kurz ein prozess mit das machen wir jetzt kurz ein prozess mit so ich will markieren warum kannst du nicht markieren ich glaube als ich in dieser stellung stehe ähm so einmal du einmal du fetten bull ne da und da und let's go das was denken sie ich bin von gestern rasen schuss mal ein bisschen action wieder reinbringen mal ein bisschen schluch drin hier gibt es eine schöne pump gun da macht das ganze noch mehr spaß ja wo kommst du denn ich bin auch mit schönes spielzeug kriegen wir aber mir gefällt die pump gun besser warum kannst du nicht bei den keine munition mehr nehmen wir unsere pump gun wieder ja alles gesichert jetzt haben wir hier wieder wieder maschinengewehr ich will aber meinen pump gun besser so alles abgeknallt was abzuknallen ging alles sicher hier wo müssen wir hin schauen wir uns mal kurz rum jawohl pump gun munition sehr schön hier ist ein medizinschrank volle leben dicke munition für die pump gun besser geht es gar nicht hier ist ein kontrollpunkt Fortschritt wird nur für die aktuelle ja ist klar so 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 was denn hier so es ist so wie ist es ist so wie Nee, da runter geht es nicht. Ja schön, wo musst du denn hin? Ah, da haben wir was gefunden. Kommen wir der Sache schon näher. Geil, schliebt die Pamp-Gang. Feindliches Gebiet. Ja, warum kannst du denn die Tönsch aufmachen? Hier macht man alles gut. Ja, schön feindliches Gebiet. Das interessiert mich recht wenig. Mich interessiert mehr, wie ich da hinkomme jetzt. Zu dem Ausgang. Von hier irgendwo? Jetzt laufe ich hier rum wie so ein Depp die ganze Zeit. ... ... ... Ah, wo sind das hin? Kante? So, so, muss man erst mal drauf kommen, ja? Aber es ist eigentlich klar, wenn da das Ziel ist, naja, ne? Saffi mit dem Denken und so. Haben wir es nicht, ähm. Ja, hier waren wir schon. Warum loswerden? Tschüss. Benzinkanister. Jetzt bin ich doch wieder hier. Hier sind wir hin. So was hasse ich wenn du hier irgendwas suchst Jetzt laufe ich hier einfach auch blöd rum, ja, das ist scheiße Na hier, das sieht doch gut aus Ja, perfekt Wir haben es geschafft Habe ich gar nicht gesehen vorher die Treppe Wahrscheinlich 50 mal vorbeigelaufen, ich Idiot So, Freude verlassen Birdie, ich bin unterwegs nach Chinatown Passen Sie gut auf sich auf Ach ja, das sagt sich so leicht Mann, dieser Wade, der soll doch jeden zum Reden bringen Und wir wissen beide, dass ich eine Menge zu sagen habe Also beeilen Sie sich Bleiben Sie einfach ruhig Zurück nach Chinatown Unseren Kollegen helfen die arme Sau Mit Trash bröst bearbeitet wahrscheinlich Keine Gedanken So lange er keine Klasse hat Sich da nicht so zu schmieden Zumindest nicht bei den Achten Nein, wir haben niemanden verfehlt Euer Claudia war die voll mit bullen geht man in irgendein donutladen oder sonst wohin noch nicht mehr Tja, die wollen es nicht anders sein, das geht halt nicht. Da haben wir eine Tür, ja? So, wer will noch mal, der hat noch nicht. Wo, Police? Wo, wo? Hm, Verstärkung ist da. Ah, euch tue ich nichts, kein Tänner. Ja, für dich mein Freund ist das Spiel aus. Ja, für dich mein Freund ist das Spiel aus. Ja, für dich mein Freund ist das Spiel aus. Ja, für dich mein Freund ist das Spiel aus. Wer schießt denn da? Da hinten. Zack, für dich eine. Ja, für dich. Und für dich. Ich hab für jeden was. Das ist kein Thema. So, wo müssen wir hin? Nichts, aber passt auf, dass euch kein Querschläger... Ich hab's... Nein, bitte nicht! Mein Arzt, was... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Alle. Damit ich das Level hier beenden kann. Okay! Ich hab's... So, war es das jetzt? ich denke schon auf der jagd, ne ich weiß nicht die schnauze junge nix wird strom gekümmert so jetzt dürfen wir verlassen alles ist sicher jetzt tun wir die mal ein bisschen ablenken oh beweise gibt es punkte für sehr schön das hätte auch nichts gebracht wir wissen doch beide dass das hier nach fei schuhn nun glaubst nicht so sicher und tschüss schloss knacken so 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 lasst mich gehen ich will die doch gern żeby była mit kaputt Guck mal, hätten sie mich einfach gehen lassen Kleine Scheiße, ihr Komm raus, dein Komm ich rein Die Schweine, die halten auch immer mehr aus. Ja, meine Punkte man, pisst euch die Scheiß-Polive. Wo schießt denn der, der Mann? Was dreckige, ey, ganz ehrlich. Hey, kann ich jemanden sehen? Da drüben ist der, hol die Neuen! Da drüben ist er. Da drüben ist er. Da drüben ist er. Wie viel gibt's denn noch von denen? Das gibt's doch gar nicht. Ich will mal einen abhauen jetzt. Oder tun wir uns mal verkleiden. Vielleicht lassen wir den Stand in Ruhe. So, jetzt in der Koch. Ja. Ja. Jawoll. Schau wieder, du. Der war's beschwert, Kleingeld seinen Kaffee zu schmeißen. Oh, Burdi. Oh, Burdi. Burdi, wo ist er? Oh, Burdi, wo ist er denn? das mädchen finden oder jemanden abknallen die zeit läuft freigeschaltet kontrollierte atmung und zwar noch iron man werfen erhöht die freischweite leichte objekte punktsaal haben wir insgesamt 75.700 punkte einmal weiter dann haben wir hier mehrere waffen gefunden viele sachen nicht gefunden so ich mache hier ein cut das war's von dieser episode erst mal was heißt erst mal in der nächsten episode geht es weiter ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat daumen nach oben wenn nicht daumen nach unten kommentieren abonnieren würde mich sehr freuen darüber und soviel von mir safirus bis zur nächsten folge